Der schlimmste Tag seit dem Auslauf. Wir vermeiden es, miteinander zu sprechen. Wir gehen uns aus dem Weg, als wären wir räudig. Nichts geht mehr. Nichts. Wir schleppen uns ins Leere. Lähmende, bleiernde Stille an Bord. Sag mal. Hast du eigentlich Haare in den Nase? Wieso? Weil ich hab welche am Arsch. Die können wir ja zusammenknoten. Alarm! Alarm! Drei Beine! Fünf! Flutern! Flutern! Ein Schattelsteuerbord quer ab. Aus der Regenflage. Auf 30 Meter gehen. Auf 30 Meter gehen. Langsam aufkommen. Vorne um 10. Leide Mitte. Haben Sie was Steuerbord quer ab? Schraubengröße. Wundernachter aus. Geräusche werden schwächer. Und dann weiter aus. Na ja. Wir bleiben weiter getaucht. Auf 120 Grad gehen. Auf 120 Grad. Und ein schneller Einzelfahrer. Da haben wir keine Chance bei der Dunkelheit. 120 Grad liegen ab. Wasser nicht gemessen. Klar, man muss bleiben. Ja. 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 Ja.